So damit hallo und herzlich willkommen zur Gewinnspielauflösung vom großen Policester Charger Modellauto Gewinnspiel von Need for Speed Force Wanted. Das war ein viel zu langer Satz, vergessen wir das vorweg wie immer, seid bitte, wenn ihr nicht gewinnt, faire Verlierer und flamed nicht oder sonstiges. Wer flamed oder sowas, den bann ich, ist einfach so, weil ich möchte, dass es fair abgeht. Jeder hat die gleiche Chance und deswegen, wenn ihr nicht gewonnen habt, hey, es gibt immer ein nächstes Mal. Und auf jeden Fall, heute lösen wir das Gewinnspiel auf, ich habe insgesamt geguckt, es sind insgesamt 60 Seiten hier an Kommentaren, das wird also eine Menge zum Raussuchen sein. Da steht zwar, es geht hier unten, also von den Seiten her bis 64, aber die letzten drei Seiten sind einfach leer, also gebe nur bis 60, also ist das auch okay. Das Prozedere ist wie immer, erst werde ich mit einem Zufallsgenerator, mit dem hier eine Seite von 1 bis 60 aussuchen und dann werde ich mit Hilfe der Suche von Google, also mit Hilfe vom Browser, werde ich hier auf der Seite das Wort Voraussuchen, gucken wie oft das Vorkommt. Jetzt kann es eben hier auf dieser Seite 507 Mal, dann gehe ich von der 2 bis zu 507, gebe ich bei einem Zufallsgenerator ein. Die 1 ist eben hier oben das, nee, doch nicht, nicht das erste vor? Was ist das erste vor? Das ist natürlich jetzt super, dass unten links in meiner Abo-Box hier der Kanal hier drin ist. Okay, hier oben haben wir gar kein VOR mehr, also gehen wir trotzdem von der 2 aus, weil das wird jetzt das VOR, das hier oben, weil vorher stand hier immer vor, sonst wie hochgeladen. Egal, auf jeden Fall von der 2 bis zu 507 würde ich das dann eingeben und dann auslosen. So, wir gehen jetzt erstmal rein, eine Seite 1 bis 60 müssen wir natürlich erstmal haben, damit wir schon mal gucken können. Die Seite 8, das ist jetzt nicht so weit hinten, da kann ich bestimmt schon was finden. Gehen wir erstmal bis zur Seite 7. So, Seite 8, so, da sind wir doch. Dann geben wir doch jetzt mal ein, wie viele VOR gibt es denn hier? Es gab 501, warum nur 501, okay, dann sind hier anscheinend, wer kommt da drauf. Dann geben wir von der 2 bis zu 501 durch. 2, 501, bitte nicht so weit hinten, ich hoffe es einfach. Ich würde nicht weit hinten, aber gut. Die 480, dann gehen wir nochmal bis zu 480 hoch. Und gewonnen hat der letzte FC Wasserhahn Sam Sam, glaube ich. Mit dem Kommentar meins. Auf jeden Fall, du hast gewonnen, ich werde dich per PN heute kontaktieren. Und dann werde ich das versuchen, dir so möglichst schnell zuzuschicken. Das wäre die Weihnachtsfeiertage jetzt nicht unbedingt einfach, beziehungsweise auch noch Silvester und alles. Aber du bekommst das zugeschickt, ich schreibe dir per PN an. Für alle anderen, die nicht gewonnen haben, heute gibt es immer noch eine weitere Chance, was zu gewinnen. Um 14 Uhr kommt, glaube ich, mehr nicht ein, denke ich mal, das ich wieder hochlade. Könnt ihr noch was gewinnen, etwas Feines aus dem Lippo-Speed-Gebiet. Und damit bin ich raus. Ich wünsche Mr. FC Wasserhahn Sam 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 viel Spaß mit dem Spiel. Und euch, die nicht gewonnen haben, viel Glück fürs nächste Mal. Nicht jeder kann immer gewinnen. Das wäre zu einfach. Ich kann leider nicht, sagen wir mal, über 1000 Autos, die ihr im Modellwagenformat rauskriegen. Das, glaube ich, schenken wir ihr. Ey, dann doch nicht. Das tut mir sehr leid. Sonst hätte ich das nicht ja gemacht. Auf jeden Fall, ich bin raus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.